Es hat einen besonders berührt, weil es Zivilisten waren. Soldaten, tote Soldaten zu sehen, war man gewöhnt. Und es waren Zivilisten, die eigentlich nicht mehr in einen Krieg gehörten. Alte Frauen und Frauen überhaupt. Das hat einen berührt. Aber ansonsten wissen Sie, ein toter Mensch ist ein toter Mensch. Der Mensch sieht im Tode immer so aus, dass man ihn nicht gerne lange ansieht.